Ist das noch nicht gebrauchen? Ok, das geht nicht gebrauchen im Moment. Was ist? Nichts. Eigentlich könnte ich fast alles erst mal verstauen. Das muss man nicht gerade im Moment brauchen. Containers füllen. Wir können auch gleich hier mal... ...einen Ruts, der brauche ich gleich um den Keller zu machen. Sand brauche ich jetzt um den Fenster zu machen. Also das Spiel läuft heute rein gar nicht. Bei dir? Ja. Tja. Der weiß ich nicht, wo er uns liegt. So, vielleicht hier mal ein bisschen Fenster. Fenster, Fenster, Fenster. Erstmal muss ich Glas herstellen. Oh, ich kann jetzt Eis-Treppen machen. Treppen aus Eis. Und rote Wand. Das wäre für den Keller vielleicht nicht ganz schlecht. Obwohl... dass man dann ein bisschen andere Farbe nimmt. So wie crafte ich jetzt hier Glas. Blue-Stained-Glas kann ich jetzt. Rotes Glas. Gelbes Glas. Verzwungen, weil wir eine Kirche bauen wollen. Buntfarbiges Glas. Glas, Glas, Glas. Ich muss erstmal ein bisschen Glas abbauen. Erstmal ein Fenster rausreißen aus der Wand. Und ein Wood-Window. Genau das will ich jetzt craften. Wieso habe ich das Rezept dazu noch nicht? Wieso kann ich noch keine Wood-Windows bauen? Ein Glas habe ich doch im Inventar. Das ist Glas. Glas habe ich im Inventar, das müsste ich können. Ich verstehe es nicht. Sand habe ich. Sand muss ich wahrscheinlich erstmal im Ofen. Schmelzen. Das wäre eine Idee. Ach Mensch, diese Leiter hier. Hast du mal einen Ofen? Ich habe hier leider keinen Ofen. Dann müsstest du doch jetzt zwei haben. Wenn ich keinen habe. und du zu die Leiter hier mit dem Ofen anstrengen. Ich halte das, wie es passiert. Ich halte das. Dann müssen wir noch einmal den Ofen mit dem Ofen auskürenzen. Niemals. Der ist doch gerade nicht in Verwendung. Das ist immer eine Verwendung. Glas. Ich mache jetzt aus dem Glas ein Fenster. Ich habe Stone-Vendola. Ich kann auch keinen Holzrahmen machen. Ich kann nur Barrel zu kurz machen. Den normalen Fenster rein kann ich nicht holen. Ich brauche die Canyon-Stone für. Das ist doch Blödsinn. Ich meine, das habe ich jetzt mit dabei, aber... Als ob ich nicht einfach... ... 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